Das war jetzt die Geschichte, ganz vorher. Wie ist das eigentlich mit uns losgegangen, Fred? Ein paar Jahre spiel, 1996. Ich hab mir gedacht, ich mach eine Musik, die Volksmusik und alles einen Topf wirft und schön durchmischt und schauen wir, was rauskommt. Es war schon ein Experiment, muss ich sagen. Ich hab euch da irgendwie eingeladen, bei einem Experiment mitzutun. Telefonisch, oder? Ja, ja. Ich hab gesagt, die Wetter warst. Bei dir bin ich im Kino aufgetaucht. Du bist deswegen aufgetaucht, weil ich zweimal gesagt hab, das mach ich nicht. Und dann hast du gesagt, dann setz ich mich ins Auto und fahre nach Salzburg und spiel das einmal vor. Warst du noch im Kino aufgetaucht, zwischen den ganzen Zugerln, bist du da drin gestanden? Im Kino hab ich gearbeitet noch, ja. Und da hab ich schon einen Auftritt gehabt, haben wir schon den ersten Auftritt gehabt, in Kaprunn, auf einer Burg, kalt war es. Da warst du dabei, aber ich nicht. Da war ich dabei, aber das ist. Es war nur Australier und Urbaner, es war einfach nur... Die haben mir gesagt, drei Tage, drei Tage, haben sie irgendwie gesungen, Taito, Taito, das war super.